Österreich ist bekannt für seine atemberaubenden Berglandschaften, die jedes Jahr Touristen aus der ganzen Welt anziehen. Einer der beliebtesten Orte in Österreich ist die Ramsau am Dachstein. Diese wunderschöne Region bietet eine Fülle von Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten für Reisende jeden Alters und Interesses. Eines der besten Dinge, die man in Ramsau am Dachstein tun kann, ist Reiten. Die Gegend ist ideal für lange Ausritte durch die Landschaft. Die Wege sind gut gepflegt und bieten eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler. Für Anfänger gibt es auch geführte Touren, um das Reiten zu erlernen und sich an die Gegend zu gewöhnen. Im Winter ist Ramsau am Dachstein ein wahrer Skifahrertraum. Die Region bietet viele Skigebiete, die für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet sind. Die Pisten sind gut gepflegt und bieten eine Vielzahl von Herausforderungen. Es gibt auch Langlaufläupen, die durch die idyllische Winterlandschaft führen. Für diejenigen, die noch nie Ski gefahren sind, gibt es auch Skischulen, die Anfängerkurse anbieten. Ein weiterer beliebter Winteraktivität in Ramsau am Dachstein ist das Schlittenfahren. Die Region bietet viele Rodelbahnen, die für alle Altersgruppen geeignet sind. Ob man sich für eine gemütliche Fahrt entscheidet oder eine aufregende Fahrt sucht, es gibt für jeden etwas dabei. Man kann auch einen Abend mit der Familie oder Freunden verbringen und bei einer Nachtfahrt die Schönheit der Landschaft erleben. Ramsau am Dachstein ist auch ein hervorragendes Ziel für Wanderer. Die Region bietet viele Wanderwege, die durch die malerische Landschaft führen. Egal, ob man sich für eine kurze, einfache Wanderung oder eine anspruchsvollere Wanderung entscheidet, es gibt viele Möglichkeiten, die Schönheit der Landschaft zu genießen. Einige der beliebtesten Wanderwege führen durch den Dachsteingletscher, der eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler bietet. Ein weiterer Grund, Ramsau am Dachstein zu besuchen, ist die Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Region. Eines der bekanntesten ist der Dachstein Skywalk. Diese spektakuläre Aussichtsplattform bietet einen 360-Grad-Blick auf die umliegenden Berge und Täler und ist ein wahrer Leckerbissen für Fotografen und Naturliebhaber. In der Nähe von Ramsau am Dachstein gibt es auch viele historische Städte und Dörfer, die einen Besuch wert sind. Salzburg zum Beispiel ist eine wunderschöne Stadt mit einer reichen Geschichte und Kultur. Die Stadt ist bekannt für ihre barocke Architektur, ihre malerischen Straßen und Gassen und ihre vielen kulturellen Veranstaltungen. Es ist ein großartiger Ort, um einen Tag zu verbringen, um die Kultur und Geschichte von Österreich zu erleben. Eine der Attraktionen für Familien mit Kindern in Ramsau am Dachstein ist der Rittisberg. Hier gibt es eine Sommerrodelbahn, einen Klettergarten und einen Hochseilgarten. Die Sommerrodelbahn bietet eine aufregende Fahrt durch die wunderschöne Landschaft und ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Klettergarten und der Hochseilgarten sind perfekt für diejenigen, die eine Herausforderung suchen und ihre Fähigkeiten testen möchten. Ein weiteres Highlight für Familien ist der Abenteuerpark Planei. Hier können Kinder und Erwachsene auf einem Klettersteig klettern, eine Ziplintour durch die Baumwipfel machen und auf einem Hochseilgarten balancieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen und Abenteuer zu erleben. Wenn man in Ramsau am Dachstein ist, darf man auch nicht die traditionelle österreichische Küche verpassen. Es gibt viele Restaurants, die lokale Spezialitäten wie Wiener Schnitzel, Kaiserschmarn und Apfelstrudel servieren. Die Region ist auch bekannt für ihre Bier- und Weinkultur. Es gibt viele Brauereien und Weingüter, die man besuchen kann, um die lokalen Biersorten und Weine zu probieren. Ramsau am Dachstein ist auch ein großartiger Ort, um die österreichische Kultur und Tradition zu erleben. Es gibt viele Volksfeste und Festivals, die das ganze Jahr über stattfinden. Eines der bekanntesten ist das Ramsauer Almabtriebsfest, bei dem geschmückte Kühe von den Almen ins Tal gebracht werden. Das Festival ist ein Fest für die Sinne, mit traditioneller Musik, Tanz, Essen und Trinken. Insgesamt ist Ramsau am Dachstein ein wunderbarer Ort für alle, die die Natur lieben und Abenteuer erleben möchten. Mit seinen atemberaubenden Landschaften, vielseitigen Aktivitäten und kulturellen Sehenswürdigkeiten ist es ein perfektes Ziel für Familien, Paare und Freunde. Ob man reiten, Skifahren, Schlitten fahren oder wandern möchte, Ramsau am Dachstein hat für jeden etwas zu bieten.